Aua, schöne Scheiße. Ich habe mir gerade die Pfoten eingeklemmt hier. Das kann ich euch mal zeigen. Hier ja beim Einsteigen. Ich meine, gäbe es Facebook nicht, würde das jetzt ja keine Sau mitkriegen, was eben passiert ist. Beim Einsteigen habe ich mich da oben festgehalten und dann ist die Tür zugefallen und ich Trottel habe die Hand drin gehabt. Das fehlt mir jetzt gerade noch. Jetzt, wo ich das weltweite Management von DJ Bahnhof 21 übernommen habe. Das heißt natürlich auch, die Zeit meiner Armut ist vorbei, aber ich bleibe trotzdem dasselbe. Ich werde mich nicht verändern und ich werde auch weiter diese Dreckskarre hier fahren. Das verspreche ich euch. Das fehlt mir gerade noch, ja. Mann, Mann. Ich habe Termine, Termine. Ich habe schließlich einen internationalen Weltstar zu managen. DJ Bahnhof 21. Wir sind da aus. Der ist gerade in L.A., der hat es gut, gell. Während ich hier mal wieder zu Aral fahre, nach Feigen. Ich weiß gar nicht, wie mich mein Leben ankotzt. Alles ist ja bald vorbei, aber ich werde mich nicht verändern.